das ist nicht eine hauptmission die haben wir in der open beta gemacht hier ist ein blauer zwei blaue das war von mir jetzt aber rechts warte ich komm bleib dahin ich finde die höchste schweigkeitschefue genommen hier Vielen Dank. sehr gut das hatte ich auch vor ich bin so wie schade dass die schalldämpfer verbesserungen bringen weil die sound sich besser anhören man kennt schon die drauf ist ja das ist nun mal leider so ich werde an die entwickler eine e-mail schreiben realitätsnah in dem sinne jedenfalls feinde nähern sich ihrer position ja 12 uhr achtung schläger ja rückzug immer schön die munition einsammeln wenn jemand eine kiste sieht oder sowas dann möge er bitte sich rechtzeitig melden rote ist nicht gerade unser wunschkandidat er hat das nötige fachwissen aber es heißt er sei exzentrisch was eine nette umschreibung für paranoides arschloch ist mhm sie hat arschloch gesagt die fotze hier oben hier oben hier oben hier oben links auf der linken seite auf der rechten seite auf zwei ok auf welche gehen wir zuerst oder ziehen wir uns zurück ja wir müssen auf beide gehen wenn denn das sind vier blaue ich zieh mich ein stück zurück hinter das gelbe teil hier hinten ok der kam ich muss weg ich geh wieder hoch ich bin gerade hinter der treppe warte 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 hui ja vier stück da haben wir kaum eine chance wenn wir die direkten so wenig kräften betten wollen einer ist auf der treppe jetzt nicht mehr jetzt ist er hier oben er hat keine munition mehr er ist voll das ist voll also unten habe ich zwei fertig gemacht ja blo kannst du auf seinen scheiß linker abzielen für meine mainwaffe glaube ich gleich Na doch, jetzt wieder. Unten sind wieder zwei. Ja. Der eine ist down. Der andere auch. Da hinten ist aber noch einer. Traffa, Traffa. Ich kann seine Lebensleiste nicht sehen, aber ich mach damage bei ihm. Down. Okay, nice. Uiuiuiuiuiuiui. Ich brauche Munition. Aber hart. Hier ist eine Munitionsbox. Wo? Komplett. Hier vorne bei mir. Warte, warte, warte. Kommt hier eh lang. Wo? Ach, da hinten bei dir. Okay. Ja, da darfst du nicht... Äh, was heißt denn hier vorne? Na, wenn ich sage, hier vorne bei mir, brauche ich auch bloß auf die Karte gucken. Ja, ich hab dich bloß gerade mit Diablo verwechselt. Und da war ich nun mal schon dran gewöhnt, mit so'n genauen Positionsangaben zu arbeiten. Wir haben die Info, dass mehrere Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen, und zwar inklusive der Leute, die versuchen, sie aufzuhalten. Also Vorsicht, sie arbeiten in Teams. Ich glaube, hier kommt wieder so'n verfickter Big Boss gleich. Aufpassen. Granate. Stopp die ein bisschen. Ich hab' den. Hier ist ein A-Kammer. Okay, der ist da. Scheiße, ich lade noch. Alles gut. Die rücken vor. Die rücken wir. Das geht mit. Die rücken los Okay, der wird es nicht verkündigt, aber ich bin fertig. Die rücken los, wenn wir es nicht. Geht es aus. Wenn es bis heute geht, wird es nicht. Kleine f vibratoire. Die rücken los. Die rücken los. Wurde ich, warum hole ich denn aus der Gruppe rausgeschmissen? Weil wir bei der Mission sonst zu dritt mit vier Mann berechnet worden wären, weißt du? Von der Schwierigkeit her. Bist blöd, ja und? Ja, das wär zu hart gewesen. Wir können dich gar nicht wieder einladen, das ist nicht das Ding? Ja, und ich wollte das genau wissen, weil das war jetzt nicht wie keine Erklärung eben. Doch? Doch. Ja, danach erst. Oh, ich dachte grad, das ist einfach nur so ein Loch, Alter. Mit dem Projekt sollte das Uber... Ein Loch. Hä? Was passiert denn hier jetzt? Es geht weiter. Bei mir wird neu geladen. Ja, nicht anfassen. Kann Bounty jetzt einfach so mit einsteigen? Ja, ich glaub ja. Geil aus, oder? Hier vorne? Mhm. Weil wenn man eben einen Scan durchlaufen lässt, wie man jede kleine Eisrall zieht. Mhm. Überall die Leichensäcke. Was schießt hier? Noch schießt hier gar nichts, aber das sind die Flammenwerfertypen. Die haben dich mitbekommen. Er hat gesehen. Er hat gesehen. Aufpassen, der kommt recht von dir, Leo. Mhm. Oh. Ja, da sag ich doch. Aber er schießt hier auf mich. Ich bin hinten. Oh, er ist tot. Feuer! Feuer! Das ist tot. Ich bin hier. Er explodiert. Hast du dir sehen, wie hier unter herechtet ist? Nein! da ist noch einer hinter uns hinter uns auf der treppe ist noch einer ich bin immer noch in unserem anfangspunkt ich weiß nicht weil es langsam sein und ihre energie und war glaube ich nur ein ob ich jetzt mal nach da hinten hat er bleibt man kurz stehen dann und dann die meine ich Ich bin voll, oder? Wisst ihr, du bist voll. Richtig. Voll, Alter. Das ist hart zum Anschlag, Digga. Oh, was sag ich jetzt, jemand? Naja, die müssen wir weitergemacht. So, den Job brauche ich mehr Hände als ich habe. Glauben Sie, dass Sie mir helfen können, wenn ich Ihnen sage, wie? Welche Hilfe Sie auch brauchen, Sie werden Sie bekommen. Hier ist Konditionskiste. Gut, weil ein paar Relais-Module ausgewechselt werden müssen. Oh. Hier hinten, wo ich stehe, hier draußen. Gar nicht. Warte mal. Nice. Digport! Geht hier wie angewurzelt. Kampstadt? Da spielt sich gerade wieder in der Nille rum. Ne, ich habe gerade ein neues Attribut festgelegt. Wartet mal. Mit E. Ja. Ich kann da eine Hilfsposten ablegen. Ein was? Ein Hilfsposten. Wenn man da hinrennt, wird man automatisch geheilt oder wiederbelebt. Oh, cool. Guckt euch mal die schönen Särger an. Warnung! Alle mit denen. Dünn Flacken. Ja. Ja. Musst du sie extra Flacken kaufen. Okay. Hier ist ein Blauer. Ein Purpurner. So, warte. Ich packe hier hinten einen Rückzugspunkt hin. Warte. Gesehen? Ja, sehe ich. Aber der läuft ab, der Generator, oder? Ja. Ja, das dauert mittlerweile. Wurden aufgeklärt. Hier sind da Kämpfer. Ja, er kann. Wo, hier ist noch einer. Ich hab ihn. Oh. 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 Ich bin down. Ich bin down. F drücken. Okay. Ich warte. Okay. Ja. Was ist mit dir? Komm. Du kannst Blitzreise zu uns machen, ne? Jo. Kleb diesen bluten Kasten. Da rein. Ach, da seid ihr. Gibt Deckung. Kommen gleich welche. Okay, ich fau weg. Da kämpft er schon wieder. Renn einfach ein Stück weg. Renn ein Stück weg. Boah. Nach oben, nach oben. Rück. Ausreichend. Oh, Bounty Killer. Oh Gott. Wenn es da ist. Oh, analyzed da mit Country. Oh Gott. Tschüss. Oh Gott. Ah... es klappt tatsächlich ein spannungsabfall mehr lower manhattan noch ein paar aktionen wie der witzig wenn alle sagen nachkämpfer ja was soll ich machen wenn ich sage nachkämpfer und ich bin dann muss ich weg laufen ja ja du hast aber da gestanden und geschossen ich bin zurückgelaufen nein dann ist er mir bro auf zu quatschen ist doch egal was wer macht jeder hat seinen eigenen charakter wenn der eine dabei meint da stehen bleiben zu müssen bleibt er da stehen ich habe nicht gesehen hier kommt übrigens auf der rechten seite wieder einer ich belebe dich wieder brauchst du nicht ich lebe noch dich doch nicht ich bin noch ein medic ich packe jetzt wieder ein rückzugspunkt hin hier hinten in die ecke mitgekriegt dieser koffer hier heilt ich sie betreten jetzt verlebt das gebiet mitgekrieg oh da passt eine granate hin Nice Markcamper direkt vor uns Frau, sieh bei dir Die FD gleich Da hat noch einer Granaten Ja, gleich Markcamper's down Ich geh mich eben heilen Oder warte Nee, geht nicht Ist schon weg Wo bist du? Warte, aber ich brauche noch ein bisschen, bis ich wieder heilen kann Alles gut, ich kann selber Wir stellen uns hier gleich einen Koffer hin Und jetzt Ein gelber kommt gleich hoch Oh, ich muss weg, hier kommt man Weg 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 Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Oh, fuck. Ich kann nicht heilen gerade. Ich werde ihn zu beheilen. Heiß. Auf wen schießt denn der? Achso, auf die Kanone, oder? Da kommt der Nächste. Hab ihn. Leute, bleiben stehen bleiben, alle Mann. Komm zurück, ich will euch was teilen. Ey, wir hätten noch zwischendurch an die Kiste gehen können. Und hätten da die Granaten wohl auch gefüllt. Der füllt während der Dings die Granaten nicht wieder auf. Hat er bei mir auch gerade nicht gemacht. Wenn er in die Kiste rangeht? Ja, ja, hab ich gemacht gerade. Hat er nicht gemacht, ne. Granaten sind immer noch leer. So, aufpassen. Wir müssen jetzt gleich die Nächsten umtauchen. Ja. Kommt, glaube ich, von da oben runtergerannt oder so. Genau. Von links. Ja, von links. Oh ja, der Nahkämpfer kommt zu mir. Ich bin... Ich bin down, oder was? Ja, ja, der Nahkämpfer ist hier. Danke. Jetzt wird er ja, ne? Gut. Gut. Oh, Flammenwerfer. Alter, fick dich. Die kommen von rechts. Geht wieder den Gang zurück. Alle den Gang. Alle den Gang zurück. Alter. Nein! Oh. Dieser Affe hat uns unser Tor. vorbei rennt. Ja. Ich bin gestorben. Dieser Penner. Der Erste Hilfe-Dings da hinten noch? Nee, der ist weg. Dann werde ich jetzt auch sterben. Nicht! Du musst nicht! Weiche aus! Lauf um dein scheiß Leben! Du kannst doch ausweichen nach hinten, wie Sau. Nö. Ja, weil ich nicht so schnell laufen kann, ja? Nach hinten. Kannst du nicht? Nee, kann ich... Kann ich... Ich bin... Ihr habt es versaut. Wio! Ja, es ist mal der Einzige, der sich von der Gruppe abkapselt. Warnung! Ja, es ist mal der Einzige, der sich von der Gruppe abkapselt. Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Hat schon einer irgendwas geschmissen, ne? Warnung! Untertitelung des ZDF, 2020 Gelbe kommt hierher. Wie wechseln wir nochmal die X-Folder? Ja. Weiß ich gar nicht. Na, Camper? Komm nach hinten ein bisschen Diablo. Ja. Ja. Ich auch gerade. Aber der ist zum Don. Ja. 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 Achtung, nahe Kämpfer. Uh. Das ist nicht wahr, oder? Willst du ihn wieder? Ja. Wir sollten uns jetzt echt zurückziehen. Weil die Flammenwerfer wenn die zu nahe sind, dann haben wir keine Chance mehr. Ja, zurückziehen, los. Guck, guck, guck. Wir sind wieder oben auf die Tribüne hier. Nice. Garni, komm jetzt endlich zurück. Glück doch locker. Guck. Okay. Die linker. Oh man. Brenn Schlampe, brenn Junge. Binden Sie das Sekundäre Energierallais. Achlan. Ist auch nicht normal. Ich hab 500 Schuss vor Baller, Junge. Ja. Ja, dann triff doch mal. Mach ihn doch. Oh. Da oben ist ja noch einer. Ja, ganz klar. Ja, dann hau ihn weg. Da ist noch einer dahinten. Irgendwann ist doch hier faul, oder? Können die faul sein. Ja. Ein Ambers fliegen immer eben. Wird steppen. Achso, varte. Wieder an den US auch kommen. Da wird's jetzt auch noch mal hart. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Weil einer das nimmt, kommen die nämlich. Okay, ich hab's genommen. Ja, geh zu dem Ding. Pack's da rein, pack's da rein. Hier. Hier, pack's da rein. Ach nee, noch nicht reinpacken. Okay, nicht reinpacken, komm her. Ich hab das verwechselt. Warte. Warte. Ich pack uns hier ne Dingsstation hin. Alles was... Hier, den an der Treppe zuerst. Den Regen meinst du? Ja. Ich muss wiederbelebt werden. Ich bin da noch. Einer geht aus ihrem Team, braucht sofortige Hilfe. Ist irgendwer rausgerannt? Diablo, ja. Ja. Okay, da unten ein bisschen hart, ne? Da unten ist das echt gut, Alter. Leute, was ist los mit euch? Ja, wenn du nicht zuhörst. Was habt ihr gemacht? Wir haben gerade uns angefasst und auf einmal kamen die Leute. Ja. Wir wurden überrascht und bei dem Herzinfarkt sind wir drauf gegangen. Ja, ich wollte jetzt aber nicht abbrechen, weil es so geil war. Ja, ja. Überleb einfach Diablo, wir kommen gleich dazu. Ich schmeiß dir denn so'n Hilfe-Koffer hoch. Er lebt tatsächlich noch. Wo ist der hinter? Weil er rechtzeitig abgehauen ist, äh. Ich hab mich nach oben. Nach oben versetzt. Bounty renne ich zu weit. Ja, Bounty sei schon. Wenn der nach oben geht, kann ich auch nach oben. KT 4hrer teknik ¡Instrategia! Ich lebe einen Schwoen zu gentlemen. Warte, das ist unsere Helderwoh-Sternuŋ... ... und wir werden es verète". Äh! Hann D står. Stan Nrsitz! Botb pick die Anträge … Das wird deinheitsfreundliche St streak prayer. Oh, ehrlich lässt man die hier hochkommen, ey, weil auch keiner was sagt, dass die die Treppe hochkommen. Wir sehen das nicht, weil... Nicht ihr. Wer ist uns? Der Typ, der links von mir war gerade. Okay, einen hab ich. Hier vorne ist der Typ. Den roten hab ich. Da danach. Oh. Wie weit dieser scheiß Plan wird erreicht, ne? Das kann ich gar nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall weiter zurückziehen. So hab ich den extra überlebt, ey. Der am Liste. War doch schon bei LF-Stand. Ich bin in der Sackgasse. What? Alter. Wo soll ich denn hinlaufen hier? Boah. Ist ja bescheuert, ist auch nicht da und ihr war also Gegner. Ja. Ich komm hier nicht mehr weg. Das Problem. Ich bin down. Wer lebt noch? Gott, ich bin down. Boah. Ach, leck mich. Ich bin gleich da. Pepper, leben. Noch drei Sekunden, dann leben wir hinterher. Ich hab mich ja direkt runtergehabt, der Idiot. Und ich spawne wieder hier, weil ich sie mitten in den... Hier, denn... Kannst du mich hier retten, komplett? Weil deine Teammates nur hier sind. Deswegen spawst du hier direkt wieder. Ach so. Ähm, ich kannste nicht, ne? Boah, dauert das lange. Ja, ja. Hauptsache, einer bleibt immer am Leben. Noch fünf Sekunden habe ich. Drei, zwei, eins, neun. Okay, sorry. Hat nicht gereicht. Oh, nee, ne? Es hat nicht gereicht. Es tut mir leid. Ich könnte nichts machen, die Zeit ist abgelaufen. Ich bin wieder da. Ja, vor allem erstmal ruhig. Die suchen hier. Ich hätte es sehen. Wieder die Sackgasse, glaube ich. Scheiße, nicht hier, Alter. Mensch, lauf doch auch. Man, du packst halt dauernd hier. Oh. Warte doch mal eben auf die anderen. Warnung, Feinde nähern sich ihrer Position. Ich will's wegwerfen. Oh je ganz gemütlich. Hinter dir sind die. Ja, ich weiß. Jetzt hab ich's ausgerufen. Ich schieß auf die. Zurück. Oh. Alter, der mit einem Schlag kommt in die Fohre. Ja, die sind mega, Alter. Los, wir müssen Bounty retten. Bounty. Nein. Ich bin unconscious. Ich bin unconscious. Tschüss. Ich meine, hätten wir auch Nahkampfwaffen. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Tratze doch. Schlägst du hier. Machst du so. Oh. Was denn jetzt? Oh. Ist halt hier ein Standbild. Ich komm nochmal zweimal welche, ne? Ja, aber erst wenn wir das blöde Ding wieder nehmen, ne? Ja. Oder warte mal. Ich geh mal so vor. Ja. Eigentlich nur wenn welche kommen. Really? Wow. Ja, bis hier hoch müssen wir. Und denn? Nehmen wir jetzt hier Verteidigungspositionen ein und irgendeiner nimmt das blöde Ding da. Bounty? Was? Du nimmst das blöde Ding. Oh, wird die Treppe runter gefallen? Ja, siehst du, passt das auch zu dir. Warst du das denn jetzt schon? Ich soll das blöde Ding nehmen. Hilfe. Hm? Ja, ich soll das blöde Ding nehmen. Dann haben wir doch schon die ganze Wille erledigt. Äh, wer weiß. Antivieren Sie das Energiereli. Miiiieeeeeeee. Hier ist noch ne Kiste. Ich muss ohne Sie gerne im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. Ach, jetzt kommt doch der Überflammenwebertrieb, oder? Ja. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Ja, die können wir uns oben schön verteilen. Ach auch. Warten Sie kurz. Ich stehe auf dem Pool. Was ist denn der Wichser? Noch nicht da. Ach, da hinten ist er doch. Da hinten? Ja, da am Fenster. Das ist der Typ von Watch Dogs. Tatsächlich. Ja. Das habe ich jetzt auch... Das reile ich jetzt erst. Leck mich aber! Hast du das nicht gesehen? Ich wusste nicht, dass der das ist. Ich habe letztes Mal nicht so drauf geachtet. Das habe ich in der Beta schon gesehen. In der Beta? Das hätte es dir sparen können. In der Beta hast du das gesehen? In der Beta. Ist das von der Atta? Halt die Frisse. Halt die Frisse. Halt die Frisse. Ich war nie so gut, dass ich in der Beta spielen konnte. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Wo ist denn der Penner? Denk daran, dass die nicht nur von vorne da unten kommen, ne? Von rechts. Ich sag's ja. Die kommen von uns unter uns. Na dann nach. Pass auf, einer kommt hoch, einer kommt hoch. Ein Nahkämpfer, ein Nahkämpfer. Oberst Leo guckt nach rechts. Ja. Ja. Ja, ja. Alles klar, dich relaxe mal kurz. Hier ist einer, nehmen wir uns. Er ist Nahkämpfer. Nee, Idiot. Ich helfe dir. Okay. Außerdem heiße ich jetzt hier L-M-A-A-Leo. Gleich bin ich am A. Da hinten kommen die nächsten Nahkämpfer. Nahkämpfer. Komm hoch. Ja. Alter, wie meine Waffe der scheiß Lauf. Heiner hat es. Ich seh. Jetzt… Kann ich nicht mit Steinen schmeißen? Was ist effektiver? Geht doch. Das war noch die einfache Welle. Die ganz einfache Welle. Komm von oben. Oh Gott. Achtung, die kommen links rum. Oh. Oh Gott. Der Kämpfer. Er hat die Flamme angemacht. Oh fuck nein. Diablo geh weg da. Geh weg da. Wir kommen. Diablo. Diablo. Lauf. Lauf. Einer muss jetzt laufen. Ich kann nicht laufen. Ich bin wieder umgeknickt. Direkt. Ich bin tot. I'm down. Bounty killer is down. Du bist down. Alles down. Dern. Wir sind zum Dern. Ich glaub gar nichts umgeknickt. Ich glaub gar nichts umgeknickt. Ich dachte um die hätten sie sich gekümmert. Und lachen. Halt. Warte. Noch nichts. Warte ich kümmere mich. Drum. Okay. Er ist down. Oh. So was Leo. Äh. Afka. Jo. Keine Angst. Ich bin nicht Afka. Heute muss was ausführen. Da hinten. Ich hab's so ohne mich geschafft. Ich fühl mich so nur zu raus. Da hinten. Na Kämpfer. Leg. Oh. Ja die kriegen keinen Fallschaden. Die sind der Fallschaden. Ja. Ich merke schon. Rechts kommen welche hoch. Ich kann sie flankieren. Gekletter doch hier der Scheißkirche. Der Scheißkirche. Der Scheißkirche. Der Scheißkirche. Ja endlich. Vorsicht der Tyc der Kino. Loot. Da ist nicht Loot auf der Treppe da ist. Nee ich. Du musst Munition sammeln lass es alle. Ja ich auch. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Links! So, ich brauch hier ein bisschen Feuerunterstützung links! Ich hab den gelben! Was?! Das hat den nicht gänzlich umgebracht?! Kommt übernäher. Oh, hier verbieten Feuerverschuldung. Oh. Er ist direkt bei mir. Er ist direkt bei mir. Ich bin verwundet. Ja, Blum, holst du uns wieder? Pass auf, da kommt ein Nahkämpfer zu euch oder irgendwas. Nee. Ja, was ist mit mir? Danke schön. So, hart hier die Tür. Ja, das stimmt. Die kommen bei mir. Die kommen bei mir. Oh. Was? Ja, Position halten. Ja, Position halten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier unten der. Ist down. Da ist noch ein Nahkämpfer. Hier, mittig. Ich kann nicht. Wer Munition braucht, einmal den Gang wieder rausrecken. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist doch voll. Wenn die. Das ist doch voll. Das geht zum Glück nur auf mich. Er ist down. Ja, genau. Ja, genau. Das wurde ich gerade sagen, Matthias. So ein Scheiß. Hier, schon mal F drücken. Los. Los, komm so schnell wie möglich her. Geht euch zurück. Geht euch zurück. Ja. Geht euch zurück. Geht euch zurück. Los, 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 los. Oh, Alter. Wie weit geht denn sein Strahl? Wartet, ich komm hin. Los. Hier, halten ihn auf. Soll ich aus der Schusslinie nie gehen, er schießt nämlich auf mich? Gar nicht. Gar nicht. No. Ich seh, ob es zu führen, Gas oder? Oh, da ist noch einer. Los, Rückzug. Gebt den Raum. Los, 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 zurück. und wir sind in der besseren lage sind ja, du kommst, stell jetzt, hau ab, na, lauf ja, nicht mehr verstehen ok, weiter zurück hier vorne bei der Tür halten wir sie auch ja, wo ich hinlaufen soll, Alter als erstes, wo wir uns in Pupu, nen Bastard, und dann den gelben der kommt hier oben wo willst du denn noch oben? ich hab nicht gesehen, dass der hier oben ist der gelbe, oh, brennt uns, komm, zurückzug ich hab auch kaum noch Munition eigentlich erst den Pupu, ne erste Hilfe, jetzt steht toll, jetzt machen die nicht das Ding kaputt, oder? ne vielleicht keine Munition mehr der gelbe Wasser ist da rückzug, los, 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 los wohin? wohin, zurückziehen geht auf diese blöden Garten besser da ich bin, oh, fuck ich geh raus aus den Flammen Diablo ich bin tot ich bin tot Diablo ja, zieh dich zurück hinten wo ich bin du mach mich heile dauert jetzt ein bisschen was kriegst du da hin? wenn er gerannt ist ne, er rennt weg hört mich Diablo überhaupt? der will ich nicht hören ja, was soll ich denn alleine machen, Leute? ach so, sind alle da oben, ne? ne, nicht alle ne, Diablo müssen noch leben ja, pass ich kann nur warte auf Wiederbelegung das geht jetzt nicht mit dem Dingsen ja wir können nicht wieder aufstehen dann kann er sich ja weglocken und dann an ihnen vorbei oder so wer weiß ich glaub Diablo rennt gleich wieder zum Anfangspunkt auf, auf, an der Straße bei der Mission er hat's geschafft mich nicht hättet, Junge was ist, wenn jetzt nur einer mitfährt? bei mir ist der Fahrstuhl noch oben ja das für ne Kacke jetzt hängen wir hier fest, oder was? hier ist kein Fahrstuhl hier ist kein Fahrstuhl gebt mal hier rein, alle bei mir ist er da ach hier, auf der Seite ist er ok, wenn er bei dir da ist dann gehen wir alle rein vielleicht werden wir alle zerquetscht huah oh oh oh, Tür hier zu sein er kommt idiot scheiße hä, du bist doch drin dann sterben wir bestimmt alle wir stehen hier unten hä hä, bei mir bist du drin die Kabel bewegen sich hä, die Kabel bewegen sich ja ihr seid bei mir drinnen oh wie, er lädt, er lädt ich hätte schon Angst, dass wir denn sterben, alle Mann ja, hab ich auch so gedacht und alles weg, wieder Stufe 1 oh Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein dank ihnen sind wir zurück im Geschäft Erfolg freigeschaltet der Agent oh wir sprechen uns, wenn sie wieder hier sind 9570 xp hey ich bin nicht sentimental aber sie haben mich da rausgehauen also danke ich weiß, sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür meine Arsch gerettet zu haben zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen ah, Regierungsstandard, verstehe schön, dass die die Messleute noch immer so tief halten, dass selbst Kakerlaken einfach drüber hopsen wollen sie Qualität kaufen sie's privat so läuft das in Basra also ja die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten Strom Wasser das ganze drum und dran nicht, dass sie der Erste wären hab gehört, ein paar von euch sind verschwunden, als die Scheiße losging dazu hätte ich ein paar Theorien parat ich meine, wenn sie da draußen die Stadt neu verkabeln stochern sie rum, sehen sie, was sie finden vielleicht war's das Virus oder die Chaoten oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul geöffnet und sie alle verschluckt ich würd's glauben ist schon mal passiert meine Frau hat sie auch verschluckt ein Wunder, dass ich noch hier bin es heißt, ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker tja wer immer das gesagt hat, ist ein Arschloch na los, finden sie was raus ich sag ihnen, was sie zu tun haben passen sie auf, dass diese Scheißstadt sie nicht auch noch verschluckt sind Sie listening? sind Sie listening? Bis zum nächsten Mal.